Ibn Qayyim sagt, denn Allah ist schamhaft und großzügig und majestätisch. Er schämt sich vor seinem Diener, wenn dieser seine Hände hebt und ihn anfleht und bittet, dass er sie leer zurücklässt. Und er schämt sich denjenigen zu bestrafen, der im Islam graue Haare bekommen hat. Nicht vom Islam, im Islam. Heißt was? Der im Islam gewachsen ist, bis er alt wurde.